Entgiften von Zellen und Gedanken. Nur wenig mineralisiertes Quellwasser unter 100 Milligramm ist zellgängig. Daher ist das Wasser aus unserer Quelle mit nur 72 Milligramm ein hervorragender Informationsfräger für die Zelle. Das ideale Milieu. Die Bergkristalle importieren wir aus Brasilien und sie werden ganz fein gemahlen unter 70 µ, dann 44 Tage in Stahlfässern gereift, stets ungerührt und artesisch abgefüllt. Das ist der Schlüssel zur Stärkung der gewünschten und zur Transformation der ungewünschten Energien. Erfahren Sie, wie Sie mit kristallinen Quellwasser nicht nur Klarheit, sondern auch Geld gewinnen können. Wir haben das Projekt halbiert, weil wir haben eine Baugenehmigung für einen Teil der Fabrik haben wir schon. Das ist der Gesamtausbau, sind diese zwei Anlagen mit je sieben Absetzbecken und immer mal drei Doppeleinheiten als Rührbehälter obendrauf. Die Wasseranalysen sehen Sie hier noch 71 Milligramm Mineralien. Die haben wir jetzt nochmal neu bestätigt. Das war die frühere Quelle, die war also wirklich 100 Jahre stiefmütterlich einfach aus dem Berg gelaufen. Wir haben sie jetzt hier richtig mit Kiesbett gefasst nochmals und jetzt hat sie also eine dreifache Kapazität. Das sind die Produkte, wie wir sie herstellen. Augentropfen, Nasen- und Ohrentropfen, also Reinigungssprays. Die Vollausbaustufe ist dann mit 33.000 Liter pro Tag und das ist dann im Jahr 11.550.000 Liter. Das ergibt dann diese Zahlen. 6 Millionen für die zweite Ausbaustufe und 5 Millionen für die erste. Damit können Sie eine Rendite erwirtschaften, die gegen die 100 Prozent geht. Alles ist bereits bis ins Detail geplant. Die beste Rendite ist aber Ihr direkter Zugang zum kristallinen Wasser, zum Entgiften und zum Verjüngen. Interessiert sprechen wir Klartext über klares Kristallwasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017